Applaus 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 Vielen Dank für die Studenten hier. Ich habe mit meiner Formal-Education hier in Saraswati-English-Medium-HIGH-SCHOOL. Nurkul Chervu. Ram Dassar hat sich ein Adull für alle. Alle Studenten hier, alle Studenten muss lernen, die von der Teacher, die hier steht. Ich denke, die Teacher hat einen Platz bekommen. Ich denke, er ist ein Inspiration für alle. Jeder sollte lernen von der Teacher. Die Disziplinen Sie lernen hier, wenn Sie in der Klasse kommen. Every morning Sie kommen, von morgens bis zu morgens, Sie sind hier und Sie lernen von der Teacher. Die Disziplinen ist sehr wichtig für Sie. Wenn Sie Ihr 10th Klasse kommen, Sie sitzen in der Home, Sie schauen, das ist nicht wichtig. Sie sitzen in der Home, Sie starten, Sie starten. Wenn Sie 10th Klasse kommen, Sie starten für den J.E. Mainz oder M.S.A. Exams. As per your convenience, I think everyone should prepare for J.E. Mainz, I think. So, in YouTube, if you go to YouTube, there is some channel called Anacademy J.E. They provide free education for J.E. Mainz and advanced also. Everybody, after your 10th, don't forget to open YouTube and start following this channel and prepare for J.E. Mainz. Okay, coming to the school, this school has taught me a lot of things. So, whenever I sit in the class after going from the school, sit in the class and start listening. Everything feels like easy, easier. I think you should learn this from the school and the teachers, how they teach here. Okay, the basics and fundamentals are very important. The school, this thing, you are taught this by the school here. So, keep it in your mind, the basics and fundamentals are very important. The discipline, okay, strict rules that are created by the school, follow them. Don't take them like a punishment, okay. It is very important for you guys to follow them. Treat them as basics, okay. These are the rules that you have to follow and consider them as things you should follow in your life. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Cheers. Cheers, Julian. Cheers. Cheers, Julian. Thank you. Cheers. Cheers.